Jungs, die wissen nicht, was kommt heute Abend in unserem Stadion. Sie erwarten das nicht. Ich bin ganz sicher, heute zusammen, wir schaffen das und wir treffen uns im Finale. Wir sind alle mit euch und alle für euch. Alles Gute! Hi, Leute. All the best to you in the Semifinals and all the best to Frankfurt. Ihr Luca. Hi, Jungs. Zuerst Glückwunsch für alles, was ihr bis jetzt geschafft habt in dieser Saison. Es ist Wahnsinn und macht sehr viel Spaß, ein Frankfurt-Fan zu sein. Ich wünsche euch sehr viel Glück für das Rückspiel und ich bin mir sicher, dass ihr mit Fans in Rücken weiterkommen werdet. Hau die weg, nur die SG. Auf geht's, Jungs. Vamos! Hey, guys. It's Johnny here. You have one more battle to reach the final. One more fight to make history. History for the fans, history for the club, but most importantly, history for yourselves. Because that's what every footballer dreams of, is to make history. Now, wir sehen uns in Särvilla. Auf geht's, Männer. Hallo, Jungs. Nicht einfach. Wir genießen dieses Spiel. Lassen alles in jedem Ball. Und spielen mutig. Das ist das wichtige Spiel für den Verein, für Eintracht Frankfurt. Und sie müssen die Geschichte schreiben. Viel Erfolg. Und ich bin da. Ich bin in der Neus. Ganzer Statt ist in der Neus für das wichtige Spiel. Viel Erfolg. Komm, Jungs.